Für den ersten Fall heilungslos mit der Nummer 19, Ousmane Gembele! Der nächste Spieler ist auch so ein bisschen unverguckt. Das muss man ehrlich sein. Ihr habt ja auch die Vorbereitungsspiele gegeben. Ihr geht mit Tempo 180 in den Strafraum. Egal ob da sechs Leute stehen. Meistens ist das lieber Asterix und Umwix. Er steht noch und steht mit dem Mann vom Tor. Er wird dafür sorgen, dass wir jede Menge Spaß hier im Stadion haben werden. Ist von uns aus der Unterbahn gekommen. Und wir begrüßen ganz herzlich und zur neue Nummer 9, Erbegabe! Vielen Dank!